Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von... Borderlands 2! So, ja Leute, jetzt hier stehen geblieben, wir haben dieses Geschütz hier betätigt und damit die Wand eingeschossen. Dieser kleine Roboter ist hoffentlich tot, weil er hält einfach nicht sein Maul! Oder Dominik? Wir sind hier seine Sklaven, hast du es gehört? Ja, er ist behindert, ich reiß ihm sein Auge nochmal raus und steck's mir in den Arsch! Dass er eine schöne Aussicht hat! Genau, damit er eine Roh... Fuck! Oh! Ich glaube, ich werde von hinten penetriert! Ah, der fliegt mir von ins Gesicht! Ja, oder was gibt's denn hier zu sagen? Also, ich krieg schon wieder Besuch von hinten! Oh, man, 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 man! Wollt ihr Geld dabei? Wie kriegen die denn das Geld? Wahrscheinlich irgendeinen armen Wanderer fressen. Ja, da kommt immer wer nach! Ja, wir sollten den Tschüss geben! Oh, einer, was, ich komm da nicht durch! Run, ich geb dir Deckung! Okay, oh fuck it, die sind echt, die sind echt stark dabei! Warte mal, was ist hier? Ähm, der Soaring Dragon! Okay! Oh, lol! Dominik, schau mal da oben! Tja, äh, für heute hab ich versucht, vor dem Schockfrust auf Käpt'n Flint's Schiff eine Meuterei anzuzetteln! Was erklärt, warum... Baaah, der hält schon wieder... Stimmt's, Leute? Schnauze! Okay! Der hält's Maul nicht, Dominik! Ich weiß! Okay, ähm... Ja gut, dann... Go, voll! Aua! So, Dolle, was haben wir denn hier? Ähm, aber der Drache sieht doch... Der ist doch schön, oder? Das Schiff schaut nicht schlecht aus! Ja gut, fliegen kann's halt nicht! So eingeframt, wie das ist! Du schießt gerade in der Luft um, Adom! Warte, da schießt doch auch noch wer! Hey, die schießen auch die Vögel ab, da hinten! Schau, die schießt die Vögel ab! Hey, das sind Freunde, Dominik, komm! Wir packen jetzt einen... Wir packen jetzt einen Kuchen zusammen! Ist doch nicht jeder Feind gleich so! Hallo! Nein, na gut, eben nicht! Die wissen meine Gastfreundin einfach nicht zu scheiße! Was war das? Ja, ich muss wechseln, das muss ich ein Bier, also muss ich ein Wein zahlen! Oh, 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 close, close! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Also die Leute, die Challenge gibt noch immer das mit dem Weinkaufen und so. Oh, oh! Ein Glas halt! Oder ein Bier! Oh, 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 schau, Dominik! Ein Fusch! Erinnert mich ein bisschen am One Piece! Die sehen ja auch immer so aus! Ja, ich weiß! Was haben wir denn? Der angelt da! Der angelt da! Ohhhh! Mit der Kette? Tschüss Michi! Ah! Angelt man in Bergtholdshof auch mit der Kette? Ich weiß nicht, du bist der Typ! Na komm her, komm rein! Geiler Noob! Okay, gut, wir gehen zum Drachen! Gehen wir zu den Dragon, gefällt dir Marni! Mein Marni! Gib mir Marni, Blazer! Ja, geif mir Marni, Blazer! Moa, die Kaisers! We, 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 we... Ich muss sagen, der kleine Schrotthaufen fehlt mir! Die Geräusche die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben und ihn kommen die Trennnen! Bitte, warum habt ihr ihn nicht behalten? Ich würde ihn euch schenken, den kleinen Trottl! Dominic da unten! Der ist Kriminell! Der ist Kriminell Dominic, da muss man aufpassen! 3? 2? 1! Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... oder die Täter wurde er da war der der ein gutes Ziel erst und ich hätte gerne da liegt der Wunsch welche aufgespießt die die Braten die keine Händel die Brau braten solche Leute die Braten ihre eigenen Leute sehr gut der Fahrt spielt was hinter dir der Schießt der Ruckmutter schaust den Spiel drein neil der Schettel der Gebiete was ist das eine Kack Waffe ich da hab ich treffe gar nichts damit Knallfrosch raus sagt mein Charakter zur Granate was hast du geworfen eine Granate Dominik der hat Epilepsie der hat Epilepsie ganz klar ein bissl ja bissl gell oder oder ist ihm kalt ah jetzt hat er sich beruhigt aber Michi weißt du was mein Charakter gesagt hat Knallfrosch raus unsere Granate geschossen oder was ja ja wenn er die Granate geschossen hat ok ah ein Spind Geld Geld ok gehma rauf komm wir müssen wir müssen stürmen Dominik wir müssen stürmen jetzt können wir endlich mal wir sind ja nicht bei der EZ wir können ja wirklich mal mutig sein und wo ist nieder schiessen was als in die Quere kommt tja so geht das what the fuck ich schieße oh lol warte ich hab ne Granate geschossen ich hoffe nicht dass du jetzt stirbst Nein oh mein Schild mein Schild jetzt sterbe ich dich ich will nicht das Bier zahlen tja da hab ich dir von Anfang an gesehen kommst du nicht Schild oh mein Gott what the fuck war das knapp oh mein Gott war das knapp oh 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 wo sind die das war echt knapp sie haben nicht mehr viel Leben ich auch nicht wie viel hast du ich hab 17 ich hab 31 hier siehst du wo ist der denn dahinten ich glaub da hinten ist noch einer kann das sein eine nach außen gib dein geschütz her Schildkranate oh oh okay ich geb dir von rechts Deckung nicht mal Granaten hab ich mehr nur 15 Schuss nur noch mit der Waffe sieben 9 jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's ich hab wieder was gekriegt aber auch nicht viel also ich hab da hat sich in der Zeit mehr ach wo was ist das genau warum ich nimm's so hey cool die Musik ist aus oh ja war der ich muss mich bisschen neu equipen da werde ich halt mit den scheiß Waffen da wenn du redet der ja kann ich nicht warum nicht ja wer ist das ich bin ein Lautsprecher achso ok schade dachte er da hinten PAM Revolver Unzelat oh lol ich hab oh mein Gott ich bin so immer erschwert aber so extrem wie 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 viel Wie schild hast du noch 40 wieder das rät sich schnell auf das ist wichtig aber es fängt auch nicht viel ab das weiß der Dominik noch nicht haha fuck er weiß es doch hey Dominik Pizza komm wir lassen uns gut gehen warte ja ich nehme auch eine andere Waffe ich habe auch eine Antwort für euch ein Rotblüter in den Auge ah, oh, oh, wow, wow, okay, ich glaube also, die schaut gut aus wo hatte ich die Vorstellung? komm, bitte halt das Maul, das ist ja unglaublich, da wieder mehr geredet als ja, ich hab hier Gesundheit oh, bitte, ich hab nur noch 17 äh, naja, eigentlich ist das so die Fette für mich nur 1 und 3 ja, aber du bist ein sozialer Junge ja, da hast du recht komm, da nicht drauf, geh mal da mal, oder wo? nein, ich will da noch looten wo denn? ach so, da hinten geh mal rauf, ja gut, geh mal rauf schauen wir mal, was oben ist vertreten wir uns bisher in die Fü- ah, ein besserer Farmsport lol, nicht fetz Granaten puh, puh oh, nice, ich hab jetzt ne coole Waffe, die schießt Granaten das ist ne, ne Pistolen-Granaten-Waffe kriminell, kriminell bam hey, da liegt glaube ich ne gute Waffe da, da eine Shotgun ha, scheiße, ich will ne Maschinengewehr willst du meins haben? das schießt Granaten nein, pass schon nein, ich tausch gegen die Shotgun mir geht das Maschinengewehr mir geht das Maschinengewehr mir geht das Maschinengewehr in dem Arsch schon warte, dann tausch mal mit X halt X zum tauschen das musst du auch tauschen so, ich geb dir warte mal, was willst du? du willst meine Shotgun? ja aber ich will warte das da Abbrauch ja, aber ich will ach so, ja, ich musste die Waffe ja geben hast du mich abgeschossen grad? geh ich doch nicht so, die gute Shotgun, die du grad kriegst ja, ja, ich weiß die, die die ah, da da so, das schaut schön aus dann go und wir seh, die ist vielleicht schlecht, aber globe z. B. da ist es toll ist die Wetten, die, Elschulscheisterstum gehen aun, die explodiert alle an und maj THB ja, Elko, die, den cool ist wie hier hat aber an einer 1 WL Eu-J 말�lyn ihr H creators ich mich ein Klos compil hat ne, brothers changing warte held im Baffer da, ich kann sie schon finden кими Warte mal, das ist meine Waffe, die da auf der Seite liegt. Erst komm, du kriegst ja, da krieg man aber auch Crab-Waffen. Also oft, viel scheißrig ist das schon dabei. Ich hau mal ein bisschen was weg, aber die, was da im Klo ist, die ist meine. Bitte, die nicht wegnehmen. Okay? Ja. So, ich hab jetzt irgend so was komisches, das auf der Seite so zwei Kanister hat. Wenn da Pinzin leer ist, dann kann man damit tanken. Da, 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 da. Komm, weiter geht's. Ja, da kann man auch noch machen. Da kann man auch machen, was er redet auch mit dem Motivieren. So, sehr, sehr gut. Wer, die wäre gut. Wie schießt endlich? Pum, komm. Warte da hinten, wo das Feuer. Warte, der Effekt ist ein bisschen übertrieben worden. Komm, jetzt gehen wir drauf. Ich will dann noch. Was willst du denn? Geld, 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 die Welt. Ja, ich weiß. aber nicht meine warte wir können uns aufbessern sehe ich gerade ich nicht ich habe noch level 5 du ein bad ass rang so bad ass rang ah ja was kann ich da jetzt was man was nimmst du also du hast was anderes ich nehme was nehme ich teken einlösen ja was nehme ich ich nehme natürlich kritischer treffer schauen weil ich ein ja weil ich ein das muss jedes Schusswaffenschaden natürlich und der eine spielt das Call of Duty mir wurscht gut gehen wir weiter da ist unser Dings da vorne eine Heilstation Gott sei Dank das heilt dich ach so wenn du stirbst da kommst du wieder hin meinst du? nein nein da vorne ist nur nach einer ärzte hilfestation zum Heim egal braucht nicht was kann ich will nicht mein Bein sein da kommst du sowieso nicht drum herum BOOM 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 aber die Waffe ist cool die die du gegeben hast ja BOOM 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 das ist meine Quessung ja ich weiß was oh shit was hab ich dachte wenn der Waffe nicht aufkommt what the fuck oh mein Gott ich bin gleich tot nein 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 oh 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 nein lass mich töten ja ich bin ruhig ich mach ihn ich mach ihn nein ich mach ihn ja ich lebe mit woch ok unentscheidend und ich bin gleich lieber auch wieder leider so bist du haha unentscheidend ok close enough aber ich hab Level 6 jetzt kann ich mal ein bisschen hier skilln auch das war super oder? das war gut ja ich nehm das so ich kann mich aufbessern das war gut das war das war gut war lustig aber jetzt immer wieder sagen äh normal ja jetzt ist es wieder ausgeglichen ich bin mal gespannt wer hier dann das Rennen macht ja ich bin auch gespannt aber es wird sich bald herausstellen spätestens beim Bosskampf spätestens beim Bosskampf da wird irgendeiner draufgehen der Flint oder? wir müssen den Flint ja jetzt töten oder? also es schaut hier sehr flintig aus lasst euch Zeit ok wir haben es eh nicht eilig Dominik haben wir es eilig? nein haben wir nicht was machst du schon wieder in den Gartenhäuschen dahinten? da gibts keine Tomaten zum abernten komm nein aber da gibts ein Schild wo? von dem erzählt er mal gar nix das Instant Schild gehört mir das hab ich gesehen ja nimm's dir ja aber ich muss ja mal runter werfen das andere ja gut ich hab jetzt auch eins aber warte mal ist man oh das ist ne das ist ja gut nimmst du halt wie du willst ja du kannst das andere ich hab hier schon eins ich hab drei drei hab ich äh da waren drei und ich hab eins hab ich genommen und sind nur noch eins da also Dominik 3-2 3-2 kann sich rechnen Mann nein Dominik hatte übrigens noch Dienst das heißt mit der Dominik wieder arbeiten wäre nicht zocker ja Dominik oh fuck was für die gerechte Welt aber dafür kriegst du Geld ja noch mehr ja genau noch mehr ich hab nur Angst um ein Ableben ja ich hab auf jeden Fall Angst um ein Ableben Dominik da ist so was warte Dominik wie schaut's aus wie schaut's aus kannst du mir da hinten kurz helfen ich steh hinter dir achso du machst die ok dann mach ich mach du die Seite ich mach die andere warte rede jetzt wieder zu viel Halt einfach nicht das Maul oh Gott nein 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 oh fuck bitte verprügelt den Affen er redet mir viel zu viel nein 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 ich will nicht sterben stirbst du? fast ich h- ich hätte dir ich wollte dir grade helfen ja 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 ich wollte dir wirklich helfen ich hab mich schon geheilt na gut wenn du dich was epic musik drum and bass motherfucker da oben sind die Gegner nicht mehr die Gegner ok keine mehr da hinter mir wo sind die ich höre sich jodeln aber ich sehe keine Oh Gott hast du sie gerade angezogen denn? nein sie haben ja ich habe sie sich selber angezogen nein ich habe ihn angezogen okay Dominik ich glaube das wäre es also wir sind wo wir jetzt ah da hinten wo ist er? da drinnen ah da hinten was machen die? die Haare auf den ein Dominik können wir da rein? komm her zu mir komm her zu mir die Haaren den schau da Dominik 3 2 3 3 2 1 bum 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 lass das Flint mein neuer Untertan ist ein knallharter Hund er meint mich obwohl mit Untertan dich mit Hund knallhart mich du bist ein Trattl ein knallharter beschütze mich Untertan ja du bist ein Untertan der meint dich ja er hat dich angeschaut während er das gesagt hat ich bin ja nicht verdient mein Tag gewesen hat dich aber trotzdem angeschaut ja ja streiz doch nicht ab nicht geht wer streitet da war es aber sag mal dein Geschütz soll bisschen Arbeit hier machen weil das ist ja ein Witz dein Dreck das Geschütz steht hier schon wieder da ich möchte die Gerbe fliegen sehen wann gibt es endlich den ersten Patch den brutalen die die komm die Waffe soll gut sein die ist ja voll zum Kacken was ich habe so eine Urscheiß Waffe obwohl es steht dass die gut ist aber ich finde die voll schlecht eigentlich oh Bum 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 Du brennst aber aber zum sterben reicht es da doch nicht aus nein noch gebe ich dir nicht die Chance na gut die Wetterenten doch Schau mal aus wie im Museum wo sind wir denn hier Dominic würdest du bitte diesen Ort mal vorstellen naja das sieht aus wie die Station von dem Flint ja dann hast du Pech gehabt das ist ein Pecher Finde die Steuerung Geh was warum trage ich dich nicht einfach ich warte hier aber wir müssen nach oben und dann irgendeinen Hebel betätigen wahrscheinlich exakt was da können wir ganz nach oben rennen ja wahrscheinlich ja warte ich sehe schon was ist das ein Klo ja was macht ein Klo da scheißen die anscheinend Piss off haha du bist ja grad durchgebrochen warte da oben ist auch noch etwas komm ich will jetzt in der Folge noch ganz rauf kommen ich will auch ich will ja den Boss auch fertig machen hey den Boss der Boss geht sich niemals na der Boss geht sich aus warte mal na 18 Minuten schon 19 um okay Dominik mach mal die Arbeit ich warte mit meinem Roboter hier hm mach mal die Arbeit ich warte mit meinem Roboter dort du bist ein Depp du kommst mit na gut da komm ich ihm mit aber warte mal da wahrscheinlich da durch ah da hinten hallo ich bin zu Hause na oh warte du oh du du der knallfrosch ich werde auch ein knallfrosch das ist aber wieder das Spiel herrscht Oh, ich habe ein Schmuckstück gefunden. Und was für eine Waffe. Was denn? Nein, das habe ich denn nicht. Die da, die Jacobs, irgendeine gute Magnum. Na bitte. Warte mal, irgendwo muss der Kran sein. Oder, warte da, der Blitz. Das ist immer richtig. Also ich glaube, nein, da rauf, schau, da, da, schau bitte, die zeigen uns sogar den Weg. Komm nach oben. Komm, mein Püppchen, ich gleite durch die Straßen, den Weg nach oben. Du, du, du. So. Ah, warte, da steht ja, warte, kann ich hier runterkicken? Ah, da hinten ist er. Bah, 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 bah. Nimm den doch, nimm den doch deinen, lass mir mal einen. Ja gut, eine, 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 ein Revolver ist eben kein Scharfschützengewehr. Das darf man nicht vergessen. Ich schneide so gerne, du überhaupt nicht, gell? Nein, ich, ich... What the fuck? Wieder schnappt die Falle zu. Dein Tod. What the fuck? Nein, 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 nein. Bist du tot? Nein, 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 aber gleich. Hilfe! Okay, ich helfe dir. Sollte ich auch nicht, aber ich mache es halt. Weil ich sein lieber Kerl bin. Ich helfe dir auch, ich habe dir Leben überlassen. Ja, eh. Aber das heißt ja nicht, dass ich auch lieb bin. Achso. Aber gut, mit dir mache ich Ausnahme. Warte, oh shit, da ist gerade die ganze Wand explodiert. Oh shit, da geht's da und da drüber. Da nehmt's meine Illusion. Oh shit. Geh weg da. Komm her zu mir, komm her zu mir, komm her zu mir. Komm her zu mir. Ich komme nicht mehr. Wirst du artig sein? Ich wirst, ups, hab's vermaßt. Uh. Wirst du bad. Oh, Entschuldigung. Okay. Ich übernehme dich ja auch, wenn du es kannst. Ja, 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 ja. Aber wer hat jetzt von wem Hilfe gebraucht? Ah. Red nicht, du hast sie auch schon gebraucht. Nein, habe ich nicht. Ich habe den umgebracht. Dann bin ich wieder, bin ich wieder respawn. Oh, es ist lustig. Das ist so herrlich. Oh. Dominik, ich habe Pornokeller gefunden. Komm her zu mir. Hier. Aber du. Nein, das ist meiner. Geh raus da. Geh raus. Geh. Geh raus. Du machst dir alles nass. Ja, ist mir wurscht. So, Leute. Ich glaube, ich loge hier aus. Schauen, ich habe meine Bummspuppe da gefunden. Was? Wo? Der Teddybär. Das ist also klar. Ich bleibe hier. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir logen hier aus, oder? Ja. Okay, Leute. Wenn Sie sich mal einen Daumen hoch würden. Ich würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Man sieht sich bis zur nächsten Folge. Noch abschließende Worte, Dominik? Ein fröhliches Metzeln. Ciao. Gut, bis dann. Ciao. Das war kein gut. Ah! Ah, du Penner von hinten! Ah, wie unsportlich! Du Idioten! Boah! Von hinten! Hmm. Hmm. Hat er mich penetriert, der Orsch. Ah!